Unify hat seit kurzem ein neues Produkt im Sortiment, den Unify Express. Ein Mini-Router, den man fast als Fritzbox- bzw. Standard-Heim-Router-Ersatz sehen könnte. Ob er das auch wirklich taugt, hält, was er verspricht und was vielleicht sogar die Nachteile sind, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Bevor wir mit den Features und allem anderen anfangen, schauen wir uns das Gerät erstmal von außen an. Denn auch da wird es schon interessant, das Teil ist auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, relativ klein und erinnert so ein kleines bisschen an den Apple AirPod, heißt das glaube ich. Damals ein Router von Apple und mittlerweile ist der glaube ich eingestellt worden. Der AirPod Express, wie gesagt, ist in ähnlichen Design. Vorne befindet sich ein kleines OLED-Display, auf dem ihr sowohl die aktuell benutzte Bandbreite grafisch dargestellt seht, als auch wie viele Geräte gerade damit verbunden sind. Auf der Rückseite haben wir einen USB-C-Port, um den Router mit Strom zu versorgen, einen LAN-Port und einen Warn-Port. Wenn wir das Ganze jetzt mal mit einem klassischen Router vergleichen würden, fällt hier also schon direkt auf, dass ein Switch fehlt, also wir haben hier nur einen LAN-Port. Dementsprechend müsste das Ganze für die meisten wahrscheinlich in Verbindung mit zum Beispiel einem UniFi Flex Mini, also einem Mini-Switch von UniFi, zusammengekoppelt werden, um auf ein ähnliches Feature-Set zu kommen, wie ein Standard-Heim-Router. Die Vorteile dieses Routers sind ganz klar das UniFi OS, was ja eigentlich für die großen Router gedacht ist, also zum Beispiel die UDM Pro, die aber preislich leicht darüber liegt, dementsprechend für die meisten im Heimnetz eher nicht benutzt wird und ich würde sagen eher sich zielgruppentechnisch an mittelständische bis große Unternehmen vielleicht richtet, die das bei sich dann eben installiert haben. Man bekommt also ein entsprechendes Betriebssystem, mit dem man sehr, sehr einfach Netzwerke konfigurieren kann, also ein sehr, sehr schönes, übersichtliches Interface mit vielen Optionen und die Möglichkeit eben bis hin im Profi-Bereich mit VLANs und so weiter rumzuspielen. Das Ganze im Mini-Format für zu Hause. Ganze 120 Euro kostet die Kiste, ist dementsprechend also preis-leistungstechnisch wirklich sehr, sehr interessant, wenn man es eben auch mit klassischen Routern vergleicht. Einschränkungen habt ihr hier aber trotzdem und zwar im Vergleich zum Beispiel zu dem größeren Bruder ein Limit an Geräten, was ihr hiermit verbinden könnt, maximal fünf Stück an der Zahl und damit sind Geräte gemeint, die eben sich direkt in das UniFi OS einbinden lassen, wie zum Beispiel den Flex Mini, also ihr könntet maximal vier weitere Switcher verwenden, beziehungsweise vier weitere Access Points, denn auch damit ist es super einfach möglich, ein Mesh-Netzwerk zu bauen. Ihr könnt euch einfach zum Beispiel einen kleinen Mini-Access Point kaufen, den hiermit verbinden und wenn ihr dann eben Netzwerke, also WLAN-Netzwerke in der UniFi OS-Oberfläche für diesen Router konfiguriert habt, würde der Access Point eben diese Einstellung automatisch übernehmen und das WLAN auch aussenden. Das heißt, ihr habt automatisch ein Mesh-Netzwerk aufgebaut, was wirklich sehr, sehr, sehr einfach zu konfigurieren ist, aber eben maximal fünf dieser Geräte, die ihr hiermit verbinden könnt. Ansonsten gibt es auch einen Nachteil, wenn man das jetzt mit einem klassischen Heim-Router vergleicht, denn hier habt ihr leider kein Modem eingebaut, was bedeutet, dass ihr nicht klassisch euer DSL-Kabel nehmen könnt, das hier einmal einstecken und dann direkt loslegen könnt, sondern ihr müsst vorher noch ein Modem anstecken, das heißt entweder den Router nutzen, den ihr schon von eurem Provider mitbekommt oder euch zum Beispiel einen Draytech Vigor 165 heißt der, glaube ich, oder 167 holen. Das ist ein klassisches Modem, was wirklich eigentlich nur Modem-Funktionalität hat, das mit dem UniFi Express verbinden und dann habt ihr eben euer klassisches Heimnetz nachgebaut, aber eben mit der Möglichkeit, super einfach Mesh-Netzwerke zu erstellen, einen VPN-Tunnel ins Heimnetzwerk und so weiter und so fort. Für wen ist so ein UniFi Express jetzt also interessant? Ich würde sagen, für jeden, der vielleicht ein etwas komplizierteres Netzwerk planen möchte, also zum einen vielleicht ein Gastnetzwerk einfügen möchte oder sein Netzwerk auch an fremde Leute bereitstellen möchte oder jemand, der anfängt mit Smart Home rumzuexperimentieren und sagt, ich möchte gerne ein eigenes Smart Home-Netzwerk machen, wo sich meine ganzen Geräte mit verbinden können, aber eben zum Beispiel keinen Internetzugriff haben oder die eben generell abgekoppelt von meinem Hauptnetzwerk sind und da eben keine Schnittstelle sein soll, sodass das Smart Home-Netzwerk wirklich komplett isoliert ist, dann lohnt sich so ein Router, denn solche Sachen kann man mit einer klassischen Fritzbox zum Beispiel nicht umsetzen. Für all diejenigen von euch, die einfach ein Gerät haben wollen, anstecken, keinen verschiedenen WLAN-Netzwerk haben wollen und so weiter, ist der Aufwand mit einem Modem in Verbindung wahrscheinlich zu groß. Deswegen, ja, eben eher für etwas experimentierfreudigere Personen, würde ich sagen, ist das ganze Gerät ausgelegt. Für wen, denen das interessiert, packe ich euch auf jeden Fall mal den Link unten in die Kommentare und dann war es das auch mit dieser Kurzreview, sage ich mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer Bewertung und wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, haut rein und ciao!